Dann weiss der Teufel, wie steil, oder? Wie du da oben das Eis reinfährst, wie der das einfach so nimmt. Ja, das finde ich jetzt aber super. Peter, was meinst du? Ja, das sieht gut aus. Schau dir mal die Aussicht an, die ich hier geniessen könnte oder die du hier geniessen kannst. Das ist jetzt die Liegenschaft Pützler. Hier fährt man zwischen Haus und Stall durch. Ja. Du hast heute den Dienst gesehen, oder? Ja. Da bin ich froh. Das letzte Mal hast du auch deinen Freitag geopfert. Ja, das kommt manchmal vor im Jahr. Ja? Ja, ja. Ich habe gestern auch Freitag vor dem Ganztag schon. Du machst das als Leidenschaft, oder? Das ist für mich nicht außer möglich. Bist du das Jahr rum? Deine Familie? Ich arbeite selten am Fingersten, ja. Aber kannst du gleich da mitfahren, zum Beispiel? Ja, wenn nichts anderes ist. Ja. Ja. Und? Ja. Ja, mir hat es zu viel. Ja, es ist ja verdammt. Jetzt bist du eigentlich wieder in der Schwand, oder? Ja. Und? Ja, es ist wirklich gigantisch. Ja, mir hat es zu viel. Ja, es ist ja verdammt. Jetzt bist du eigentlich wieder in der Schwand, oder?